Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle sehr gut in den Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 21.400 US-Dollar. Wir sehen überhaupt keine wirkliche Änderung. Das Wochenende ist wirklich relativ relaxed, um es mal so anzusprechen. Trotzdem gibt es einige Punkte, auf die wir jetzt momentan zumindest achten sollten. Ich will kurz auf die Altcoins eingehen, vor allem weil die enorm, enorm pumpen. Da bitte ein bisschen vorsichtig sein, auch mit möglichen Short-Positionen. Und ansonsten später haue ich dann noch, ich denke heute Nachmittag oder so, werde ich dann das große Altcoin-Update raushauen. Was ich kaufe, wo ich kaufe, etc. pp. Alles dafür später in einem anderen Video. Deswegen heute relativ kurz, einfach nur kurz in die Altcoins reingucken. Einfach ein bisschen Warnung geben und natürlich Bitcoin und Ethereum. Ja, bevor wir starten, lasst dem Video auf jeden Fall gerne ein Like da, abonniert gerne den Kanal. Und wenn ihr Bock habt, klickt auf die Glocke, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ein neues Update-Video rauskommt. Und ja, wie gesagt, momentan mal ungefähr 21.400 US-Dollar. Wir sehen sehr, sehr wenig Bewegung momentan. Also ihr seht es hier, wir haben unser Inverse Head & Shoulders eher seitlich verlassen. Also für mich ist dieses Pattern mittlerweile sowas von invalide, einfach weil wir viel zu viele Fake-Outs hatten. Wir hatten dann nochmal eine kleine Seitwärtsphase jetzt übers Wochenende. Wir sind noch nicht mal hier wieder in unsere Zone gekommen, in den Bereich der 21.600, 21.800 US-Dollar. Also kein wirkliches Zeichen von Stärke, was wir hier sehen auf den größeren Time-Fraps. Ich sage jetzt mal 4-Stunden-Chart. Deutlich abfallendes Volumen, höhere Hochs, was wir hier bilden. Also das heißt, absolute Trendschwäche, Hidden Bearish Divergence, die hier vorliegt. Und das Einzige, was momentan einfach Support gibt, sind einfach die 4-Stunden-E-Mail-Ribbons und auf den kleineren Time-Films auch die 1-Stunden-E-Mail-Ribbons. Aber ihr seht, auch in den kleineren Time-Films nicht mal irgendwie ein Volumen-Peak jetzt übers Wochenende. Einfach immer nur die E-Mail-Ribbons geritten, höhere Hochs gebildet. Im RSI absolute Seitwärtsphase, beziehungsweise auch hier tiefere Tiefs. Kein gutes Zeichen auf jeden Fall. Das Einzige, was ich mir jetzt auf jeden Fall übers Wochenende jetzt oder im Laufe des heutigen Tages nochmal vorstellen kann, ist, dass wir hier wirklich so einen kleinen Scam-Wig nochmal nach oben bekommen. Hier vielleicht in dem Bereich der 22.000 US-Dollar, um die ganzen Shorts, die hier sich jetzt platziert haben, das sieht man auch hier immer an diesen kleinen Wigs, einfach nochmal racked zu machen. Das heißt, auszulösen, in den Stop-Loss zu laufen, bevor wir dann nochmal eine Abwärtswelle vielleicht hier in dem Bereich der 20.000 US-Dollar nochmal runtersehen. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, einfach weil es momentan meines Erachtens nach oben hin viel, viel mehr zu fischen gibt. Das heißt, viel mehr Shorts zu killen, kurzfristig zumindest, um dann nochmal eine Welle von den Long-Positionen nach unten hin zu killen. Also das ist so momentan, was ich mir am meisten einfach vorstellen kann, weil dieses Volumen einfach abfallend ist. Wir wollen keinen Trend sehen, wo das Volumen nach unten hin abfallend ist. Wir wollen einen starken Trend sehen. Das heißt, dass wir uns einfach nach oben hin weiter verfestigen, steigendes Volumen, höhere Hochs etc. Ansonsten, was wir hier auch noch sehen, ist ein mögliches Rising Wedge, wobei das jetzt halt auch nicht mehr so wunderschön ist. Dann schon eher so ein Ascending Triangle, wobei ich das jetzt nicht sehe, aber man sieht es auch hier ganz gut. Von unseren 17.500 US-Dollar im 4-Stunden-Chart, seit wir das tief gemacht haben, ist das Volumen deutlich abfallend. Wir bilden aber höhere Hochs und höhere Ties. Ist ein Trend, der nicht wirklich intakt ist, meines Erachtens nach. Ist kein gutes Zeichen, spricht eher dafür, dass wir im Laufe der nächsten Woche doch nochmal ordentlich Downside kriegen, auch wenn die Indizes deutlich einen Plus geschlossen haben. Trotzdem dürfen wir die Gesamtmarktlage einfach nicht außer Acht lassen. Wir sind im Bärenmarkt, wir sind eindeutig daran, dass wir nochmal deutlich, deutlich tiefer fallen könnten, in Anführungszeichen. Ob wir jetzt wirklich nochmal hier runter gehen oder in Richtung 11.000 oder 12.000, das werden wir dann sehen. Aber trotzdem müssen wir hier aufpassen, dass wir hier nicht jetzt übermütig werden und jetzt hier alles blind nach oben hin longen. Beispielsweise, um jetzt mal ganz kurz darauf zu sprechen zu kommen, wo hat man es denn gestern, ich glaube Sand enorm nach oben hin geballert, habe ich gestern in der Telegram-Gruppe nochmal gewarnt, dass die Leute einfach nicht blind reinschorten. Wir gehen jetzt mal hier ganz kurz in den 6-Stunden-Chart. Das war nämlich hier ein ganz gutes Beispiel, weil wir hier einfach eine 6-Stunden-Supply-Zone hatten, zumindest zwei hier in diesem Bereich. Da haben wir dann auch die Trendwende gemacht und dann am besten noch Fibonacci-Retracement-Level einfach dazu ziehen, von dem Höchstpunkt, sage ich mal, zum Down-Punkt. Da sieht man auch ganz gut, dass hier oben noch das 0,786er lag, der 200-SMA, 200-EMA auf den 6-Stunden-Chart passt, alles ganz gut. Aber trotzdem nicht blind reinschorten, nicht blind jetzt in jeden Altcoin rein longen. Das geht, wenn man die ersten Altcoins erwischt, geht es vielleicht gut, aber irgendwann hört halt dieser Trend auf und genau dann, wenn ihr wahrscheinlich dann long reingeht, genau dann bricht der Markt einfach nach unten. Deswegen einfach absolute Vorsicht hier. Ich habe mich hier oben short positioniert bei ungefähr 1,32 Dollar, also knapp unter dieser 6-Stunden-Supply-Zone. Stop-Loss mittlerweile, Entry war vorher aber auch bei ungefähr über 1,40 Dollar gewesen, weil ich einfach diese komplette Supply-Zone hier abwarten musste. Ist natürlich auch deutlich, deutlich höheres Risiko, aber mittlerweile ist der Trade ordentlich im Plus, Stop-Loss, Entry und sowas. Aber so müsst ihr einfach vorgehen momentan, nicht jetzt irgendwie blind reinschorten, vor allem niemals. Kann ich euch einfach nur sagen, wenn ihr jetzt mal in die kleineren Timeframes geht, niemals, solange das Volumen weiterhin deutlich ansteigend ist, niemals in solche Candles reinschorten. Geht nicht gut wahrscheinlich, guckt vielleicht nochmal 1-2 Stunden abwarten auf den kleineren Timeframes, konsolidiert der Kurs jetzt, nimmt das Volumen ab und sowas. Darauf kann man achten, aber bitte nicht blind reinschorten. So, soviel dazu, Ethereum, schauen wir uns auch gleich mal an. Hier momentan sogar eine kleine Entkopplung, würde ich sagen, als von Bitcoin, aber auch hier, ihr seht, höheres hoch. Aber wir haben im RSI ein tieferes Tief, plus, was ihr ja auch noch ganz gut sehen könnt, deutlich abfallendes Volumen. Gut von dem Peak ist es jetzt ein bisschen übertrieben, wir gehen aber trotzdem jetzt mal von diesem Peak hier aus. Na, komm. Ach, ich hasse es. So, so, seht ihr ganz gut, abfallendes Volumen, kein gutes Zeichen. Die EMA-Ribbons geben uns hier zwar Support, trotzdem, ich bin hier ehrlich gesagt nicht davon überzeugt, dass das hier wirklich alles nachhaltig ist. Also ich würde hier deutlich, deutlich aufpassen. Sieht für mich auch erst aus, dass wir hier nochmal maximal noch in den Bereich der 1.320 US-Dollar kommen können. Hier oben dann wirklich nochmal die allerletzten Shorts rauskillen, bevor wir da nochmal einen deutlichen Satz nach unten hinsehen. Also es spricht momentan eher alles dafür, dass wir nochmal Downside sehen, aufgrund des Volumens, aufgrund des erhöhten RSI, aufgrund diesen ganzen Divergenzen, die wir überall in den ganzen Charts haben. Also passt da wirklich auf. Cardano, 4 Stunden Chart, 200 SMA, erste Reaktion, auch hier deutlich abfallendes Volumen, RSI dafür steigend. Gefällt mir alles, ehrlich gesagt nicht gut. Gut, wir haben bei Cardano noch deutliches Potenzial, sag ich mal, doch nochmal ein bisschen nach oben zu pushen. Zumindest hier in diesem Bereich hier. So, warte. Da, wo der 200 EMA noch liegt, bis maximal ein bisschen drüber 0,54 Dollar. Also wir haben hier auf jeden Fall noch Potenzial. Trotzdem erkenne ich hier keine Struktur, wo ich jetzt sagen würde, okay, wir können jetzt hier erstmal einen Long reinwagen. XRP auch gestern, oder was heißt die letzten Tage, auch nochmal deutlich gepumpt. Wir haben alle Wolves gefüllt, wir sind hier in unserer ersten Widerstandszone. Das machen wir mal weg, das verwirrt nur, das machen wir auch mal weg. So, sind bis unsere größte Widerstandszone hier reingekommen, oben reingewickt. Deutlich ansteigendes Volumen, aber ich vermute auch hier, dass wir hier einfach nochmal diesen Rücksetzer kriegen und dieses Void hier zumindest füllen bis in den Bereich der 0,33 Dollar. Und dann müssen wir noch neuen Pattern oder irgendwas Ausschau halten, dass wir hier wirklich eine Trendwende kriegen und diesen letzten Widerstand wirklich rausnehmen. Volumen abfallend, RSI, Bearish Divergence, also es sieht alles wirklich nicht gut aus, sage ich mal dafür, dass wir jetzt hier ein endgültiges Breakout nach oben hin wirklich sehen könnten. Gut, soviel zu den Altcoins. Wir werden später, wie gesagt, werde ich mir noch eine Liste erstellen, damit ich nicht irgendwas vergesse oder sowas. Mit den ganzen Altcoins später wirklich ausführliches Altcoin-Update. Ich glaube mit 15, ja ungefähr 15 bis 20 Altcoins. Davon sind aber natürlich auch Small Caps dabei, die wir uns dann anschauen. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Tag. Warte, News gibt es keine, bevor ich es vergesse. Wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Sonntag, morgen oder einen schönen Sonntag generell, was ihr auch immer macht. Lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann später zum Altcoin-Update oder aller, aller spätestens, wenn euch das Altcoin-Update nicht interessiert, morgen früh oder ne, morgen Nachmittag zum täglichen Video. Bis morgen, ciao, ciao, stay crypto.